Das ist das neue MacBook Air meiner Frau und eines der ersten Mac-Modelle, die keinen Intel-Prozessor mehr verwenden, sondern den von Apple selbst entwickelten M1-Chip. Auf diesen Macs lassen sich nicht nur normale Anwendungen ausführen, sondern auch Apps, die fürs iPhone und iPad entwickelt worden sind. Und da meine Frau mir ihren neuen Computer grosszügigerweise ausgeliehen hat, kann ich jetzt vorführen, wie das geht und was es bringt. Um eine iPhone- oder iPad-App zu installieren, starten Sie den App Store. Klicken Sie links unten auf Ihren Account. Hier im Abschnitt «Gekauft» sehen Sie die Apps, die Sie erworben haben. Und hier schalten Sie von der Auswahl für den Mac auf iPad- und iPhone-Apps um. Um eine App zu verwenden, brauchen Sie nur aufs Wolken-Symbol zu klicken. Die App wird dann heruntergeladen und erscheint automatisch im Dock. Bei der Ausführung ist kaum ein Unterschied zu einem herkömmlichen Programm zu beobachten, ausser, dass dieses Beispiel hier ein ungewöhnliches Seitenverhältnis aufweist. Sie können auch nach einer App suchen und in den Resultaten auf die Liste für die Mobilgeräte umschalten. Es fällt allerdings auf, dass nicht alle mobil verfügbaren Apps hier auftauchen. Das liegt daran, dass der Hersteller einer App die Nutzung am Mac verbieten kann. Die offizielle Twitter-App gehört zu den Beispielen, die nicht freigegeben worden sind. Es gibt aber einen Trick, wie Sie diese Sperre umgehen. Bei dem hilft dieses Programm namens iMazing. Sie schliessen Ihr Tablet oder Smartphone an, warten, bis die Verbindung hergestellt wurde und wählen links die Kategorie «Apps» aus. Klicken Sie hier unten auf den Befehl «Apps verwalten». In der Ansicht «Bibliothek» tauchen alle erworbenen Apps auf. Suchen Sie die gewünschte und klicken Sie sie bei gedrückter Control-Taste an. Wählen Sie den Befehl «In Bibliothek herunterladen» an. Sobald der Download erfolgte, betätigen Sie im gleichen Menü den Befehl «IPA exportieren». Das ist die Programmdatei, die Sie beispielsweise auf dem Desktop abspeichern. Durch Anklicken wird sie installiert und lässt sich nun ausführen. Im Fall von Twitter erscheint nur ein leeres Fenster, was bedeutet, dass für die Verwendung am Mac Anpassungen notwendig sind. Mit anderen Apps funktioniert es bestens. Die 12-App der Tamedia lässt sich installieren und im Anschluss auch problemlos ausführen. Diese Methode ist inoffiziell und daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht alle Apps laufen, relativ gross. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Apple dieser Methode bald einen Riegel vorschieben wird. Doch selbst wenn man auf die iMazing-Methode verzichtet, sind die iPhone- und iPad-Apps am Mac ein Riesengewinn. Das Angebot an Software ist jetzt schlicht gigantisch, selbst im Vergleich zu Windows, wo die Auswahl bislang um ein Vielfaches grösser war. Wie ist die Eingrew und fourth mit einer weiter abonnieren und Bueno, dass ich und